sag mal ja was denn die geschichte hat keinen anfang es muss doch mal angefangen haben dass alles so geworden ist wie es ist schwierig zu sagen die leute streiten darüber manche sagen es war schon immer so oder zumindest seit tausenden von jahren es gibt dann auch andere die meinen es hätte erst mit den illuminaten so richtig oder überhaupt angefangen oder mit dem römischen reich der erfindung des zinses zins es gibt da tausend meinungen mit einer verhunzten doktorarbeit hat es jedenfalls nicht angefangen oder nee da lag schon vorher einiges im argen und mit einem theatralischen abgang sind wir auch noch nicht am ende nee da sind wir eher wieder am anfang am anfang scheiße nee möglicherweise ist es der anfang vom ende anfang vom ende das klingt ja schon mal ganz anders ja natürlich schau dir doch an was im moment weltweit passiert wikileaks revolten gegen die vom westen so gewohnt geliebten führer in der arabischen welt das internet das aufwachen aus dem desinformations zeitalter hinein in das wirkliche informations zeitalter das wirkliche informations zeitalter meinst du wir haben das schon erreicht ich hoffe du hast recht und es geht uns nicht auf halbem weg die luft aus die luft aus französische revolution die 68er der sogenannte kommunismus es gab schon einiges und denn ist halt die puste ausgegangen inwiefern als sie in der position waren in der sie wirklich was ändern konnten haben sie ihre ziele verraten und ihre träume verkauft korrumpiert durch die vermeintliche macht die sie erhielten wird das diesmal anders sein wir dürfen halt das ziel nicht aus den augen lassen und müssen viel geduld und ausdauer aufbringen kann etwas beendet werden von dem wir uns nicht sicher sind wie es überhaupt begann wenn wir es wirklich wollen dann können wir es beenden und zwar sofort dann wird das ende dieser geschichte nicht das ende der geschichte sein